Willkommen zum dritten und letzten Teil der dreiteiligen Videoserie der Schnittstelle Magnalista, die deinen Online-Shop mit den großen Marktplätzen verbindet, um eine höhere Reichweite und mehr Umsatz zu erzielen. Dieses Video setzt jedoch voraus, dass du den ersten und zweiten Teil bereits gesehen und nötige Einstellungen getroffen hast. Da erfährst du auch, welche Vorteile Magnalista für dich bieten kann. In diesem Video widmen wir uns der Produktvorbereitung sowie dem Attribut-Matching und du erfährst auch, wie du dein Produkt auf Marktplätze wie eBay hochladen und verwalten kannst. Viel Spaß bei dem Video. Ja, wie angesprochen, lass uns mal schauen, wie wir mit Magnalista Produkte vorbereiten können, das Attributs-Matching machen können, um die Produkte dann auf den Marktplätzen abzuloden. Falls dich solche Themen generell interessieren, wie das E-Commerce und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonnier gern diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Alle Informationen zu diesem Video findest du unten in der Videobeschreibung. Ab und zu blende ich dir aber auch oben in der Infobox was ein, was zu dem Inhalt passt. Ja, wie ihr seht, befinde ich mich schon hier bei Magnalista, bei dem Add-on für den Shopware 6 Shop und ich gehe hier kurz mal auf die Oberfläche von Magnalista ein. Ihr seht es schon hier oben direkt die ganzen Marktplätze. Ihr werdet sicherlich nicht alle Marktplätze übernehmen. Ihr könnt hier die Marktplätze hinzufügen, wenn ihr euch hier bei eurem Magnalista-Account einloggt. Da könnt ihr diese hinzufügen und auch entfernen. Jeder Marktplatz ist natürlich auch dementsprechend mit Kosten verbunden und ihr könnt hier weitere Sachen wie globale Konfiguration machen, die wir schon in den ersten Videos besprochen haben. Falls du das nicht gesehen hast, alle drei Videos findest du unten in der Videobeschreibung. Statistiken, Hilfe, das können wir in Anspruch nehmen. Sonst haben wir hier oben diese drei Buttons. Wir haben hier die Möglichkeit Bestellungen zu importieren. Das heißt, Bestellungen, die über Produkte, die wir hochgeladen haben, auf den Marktplätzen generiert werden, werden in unser Shop-System importiert, sodass wir diese bearbeiten können und dann schlussendlich den Bestellstatus weiterleiten können. Falls der Bestellstatus nicht generiert wird, könnt ihr auch den Bestellstatus synchronisieren. Das passiert hier über dieses mittlere Feld. Bestellstatus synchronisieren heißt das Ganze. Dann werden die Versandinformationen an den jeweiligen Käufer übermittelt und die Rechnung auch. Und das dritte Feld ist hier dementsprechend Preis- und Lagersynchronisation. Hier könnt ihr dann, falls ihr das Ganze in den globalen Einstellungen und für den jeweiligen Marktplatz festgelegt habt, Preise und Lagerbestände immer wieder synchronisieren und dann abgleichen, falls sich was am Preis ändert. Ansonsten habt ihr hier noch weitere Informationen zu der MagnaLista Shopware-Version. Ihr seht es hier, bei mir ist im Moment eine neue Version schon bereits verfügbar. Das solltet ihr natürlich darüber installieren, um hier das Ganze aktuell zu halten. Heute widmen wir uns dem Marktplatz eBay. Wie schon angefangen bei den Konfigurationen, möchten wir hier heute ein Produkt für den eBay-Marktplatz vorbereiten. Ich habe hier ein Produkt soweit ein bisschen vervollständigt und vorbereitet. Auch hat dieses Produkt verschiedene Varianten, was natürlich nicht wirklich hier passt mit L, M und S-Größen. Aber ich habe das einfach mal dazu genommen, um das Ganze einfach zu präsentieren. Sonst haben wir hier zu den Reitern noch zu sagen, Produkt vorbereiten ist das, was wir gleich machen. Hochladen, wenn wir das Produkt vorbereitet haben. Dann das Inventar, was wir dann sehen, welche Produkte sind bei uns online gelistet auf dem Marktplatz. Und ein Fehlerlog. Fehlerlog ist das, wo irgendwelche Fehler generiert werden. Wenn etwas nicht klappt, wird das Ganze hier gespeichert, um das nachverfolgen zu können. Konfigurationen sind die Grundkonfiguration für den Marktplatz eBay. Das haben wir, wie gesagt, im zweiten Video besprochen. So, gucken wir uns das einfach mal an. Wie läuft das Ganze hier ab? Ihr habt hier die Möglichkeit, neue Produkte erstellen. Da seht ihr auch alle Produkte, die im Shop im Moment verfügbar sind. Ihr könnt hier das dementsprechend alles auswählen. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, Filtermöglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Das Ganze nach Hersteller zum Beispiel oder Marktplatz Status zu filtern. Ihr könnt aber auch nach Produkten und Produkt- oder Artikelnummern direkt suchen hier in der Suchleiste. Ihr könnt euch hier viele Produkte gleichzeitig bis zu 100 Stück pro Seite anzeigen lassen. Würde ich nicht machen. Dann dauert es eben dementsprechend etwas länger, das Ganze zu laden. Fünf Produkte pro Seite ist relativ gut schon. Ihr könnt aber auch zehn setzen oder mehr, wie gewünscht. Auch habt ihr hier die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ich möchte die Auswahl, alle Produkte auswählen, die auf dieser Seite angezeigt werden. Dann würden hier alle Häkchen gesetzt werden. Ihr könnt diese natürlich aber auch aufheben. So, als nächstes haben wir hier zu den Produkten zu sagen. Und zwar haben wir hier jeweils immer ein Bild, was wir sehen. Produktname, Bestand im Shop, den Shoppreis, den Ebay-Preis. Der wird dann dementsprechend angezeigt, falls wir das Produkt hochladen. Wir können den Ebay-Preis, wie bereits in der Konfiguration gezeigt, immer etwas prozentual oder auch in Summe erhöhen. Und wir haben den Vorbereitungsstatus, wenn er grau hinterlegt ist. Das bedeutet, ein Produkt ist nicht vorbereitet. Wenn er grün hinterlegt ist, ist dieses Produkt schon vorbereitet. Sollte er rot leuchten, habt ihr irgendeinen Fehler, den ihr beheben solltet. Apropos Fehler, falls ihr Hilfe braucht, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so gut wie möglich weiterhelfen. Ansonsten nutzt bitte auch hier die Hilfemöglichkeiten, die MagnaLista direkt zur Verfügung stellt. Und die helfen euch da ganz sicher weiter. So, da wir dieses Produkt schon vorbereitet haben, möchte ich das Ganze nochmal aufheben. Hier haben wir noch weitere Aktionen, wie ihr seht. Eine Vorbereitung aufheben. Wir können die teilweise aufheben. Wir sagen, wir möchten den Titel aufheben, weil sich der Titel geändert hat. Irgendwas in der Beschreibung oder in der Artikelbeschreibung. Da werden auch Bilder eventuell auch verändert. Und andere Sachen. Ich möchte das Ganze jetzt vollständig komplett aufheben und drücke auf OK. So können wir das Produkt neu anlegen. Beginnen wir aber erstmal hier mit dem Attribut-Matching. Denn es ist so bei MagnaLista, dass wir das Ganze vollautomatisiert machen können und nicht jeden Attribut, also Artikel, Merkmale, wie ihr das von eBay vielleicht kennt, alles manuell festlegen müssen, weil es ist teilweise so, dass viele Attribute oder Merkmale zu bestimmen sind. Und das kann natürlich Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb machen wir als erstes hier ein Attributs-Matching für die jeweilige eBay-Kategorie, die wir dann festlegen und automatisiert mit den Daten und Werten vom Shop auf eBay übertragen können. Hier zum Beispiel habe ich jetzt schon eine Kategorie PC-Videospiele-Zubehör und Headsets, was ich auch hochladen möchte. Und hier kann ich das Ganze wählen. Ihr könnt natürlich aber auch andere wählen. Wie ihr seht, hier können wir sagen, ja, wir möchten hier einmal was aus dem ganzen Katalog wählen. Aber wir machen das jetzt einmal hier über das, was schon vorbereitet wurde. Und hier habt ihr zum Beispiel eBay-Pflichtattribute, die wichtig sind, um überhaupt das Produkt hochzuladen. Und dann gibt es noch natürlich optionale Merkmale und Attribute, die ihr wählen könnt. Und ich sage euch so, umso mehr Attribute oder Merkmale ihr wählt, umso besser. Deshalb versucht das auch alleine schon bei dem Erstellen des Produktes in eurem Shop-System so gut wie möglich auszuarbeiten, um hier dann schlussendlich so viele Werte wie möglich festzulegen. Diese werden dann auch automatisch auf den Marktplatz in der Artikelbeschreibung übernommen. Und so habt ihr die Möglichkeit, auch mehr zu verkaufen. Da Kunden natürlich nach jeweiligen bestimmten Attributen oder Merkmalen das Ganze filtern können. So, fangen wir mal ganz oben an. Wir haben hier den Markenwert, den Attributswert, Shop-Wert-Attribut ist hier in dem Falle Hersteller. Und wir sagen bitte, alle Hersteller, den Shop-Attributwert links und eBay-Wert rechts. Wir können dann sagen, Auto-Matching durchführen. Und dann klicken wir auf Plus. Dann fügt er das bei und kann das Ganze manuell bestimmen. So, und da seht ihr schon, AEG ist als Shop-Wert-Hersteller festgelegt und das hat er uns hier automatisch zugeordnet, auch bei eBay. So könnt ihr das Ganze hier zeitsparend einstellen und müsst nicht lange das Ganze auswählen. Ihr könnt natürlich auch das Ganze manuell machen, was sich nicht unbedingt anbietet. Alle anderen Sachen sind auch hier schon manuell zugeordnet worden. Denn ihr müsst wissen, MagnaLista arbeitet auch in Verbindung mit eBay zusammen, so dass die, die ganzen Attributwerte, die sich mit der Zeit auch ändern können und Produktmerkmale, die sich immer mal stetig verändern, immer wieder aktualisieren und neu hier implementieren in das System. So, des Weiteren haben wir hier das Modell, was wir auswählen können. Wir können immer sagen, ich möchte hier das Modell wählen. Wir können sagen, wir können weitere Optionen stehen uns zur Verfügung, dass wir eigene Angaben machen. Oder wir können sagen, wir möchten ein eBay-Attributswert wählen und dann haben wir natürlich hier die ganze Auswahl an Attributen. In dem Falle hier das Modell. Das belasse ich so wie schon eingestellt. Dann haben wir die Konnektivität. Das bedeutet, ja, verschiedene andere Merkmale, die das Produkt hat. In dem Falle habe ich hier auch hier eBay-Attributswert gewählt. Ihr könnt hier mehrere Dinge wählen. Wenn ihr nur eine Sache anklickt, ist nur eine Auswahl getroffen, das blau markierte. Ihr könnt aber auch sagen, ich möchte, dass er diesen 3,5 mm Anschluss hat und er hat vielleicht auch noch einen USB-Anschluss. Und da hier ein Tipp, drückt Steuerung gedrückt auf eurer Tastatur und könnt hier mehrere Sachen auswählen. Wie gesagt, ihr könnt sogar alles wählen, aber dann mehrere Sachen, die dafür bestimmt sind. So, Farbe haben wir hier noch ausgewählt. Wir haben Produkt-Art. Auch was wichtig ist, denn ihr müsst wissen, hier, das sind jetzt die Pflicht-Attributswerte. Überall, wo ein rotes Sternchen ist, müsst ihr darauf achten, ist auch Pflichtangabe. Ihr könnt aber auch hier rechts immer mal lesen, was gerade hier in diesem Feld gemeint ist, um hier dementsprechend die richtige Auswahl zu treffen. So, als nächstes haben wir optionale Attributswerte, die wir dann verschieden bestimmen können. Optional seht ihr auch hier, die ERN-Nummer ist sogar optional bei Ebay. Anders aber bei anderen Marktplätzen vielleicht. Allgemein zu sagen ist, dass alle Marktplätze, die ihr hier oben seht, die Produktvorbereitung und das Attributsmatching ähnlich abläuft. Bei manchen ist es mehr und umfangreicher. Bei den anderen, wie zum Beispiel Otto oder Kaufland, sind es weniger Dinge, die ihr festlegen müsst. Da ist es dann so, dass es anhand der ERN-Nummer direkt bestimmt wird und teilweise im Katalog auf dem Marktplatz verfügbare Werte übernommen werden von euch. So, auch hier haben wir dann ein paar optionale Attribute festgelegt, wie zum Beispiel die Hersteller-Nummer. Wir haben das direkt hier zum Hersteller-Nummer auch zugeordnet. Dann ERN haben wir auch. Standardfeld ERN festgelegt. Aber ihr habt hier noch die Möglichkeit, weitere Punkte zu wählen, wie zum Beispiel Herstellungsjahr, Herstellungsjahr, Land und viele andere Dinge. Könnt ihr natürlich optional machen. Aus Vorführzwecken möchte ich hier jetzt nicht alle Attribute festlegen, damit wir hier das Video nicht von der Zeit sprengen. Auch eigene Attribute habt ihr hier die Möglichkeit, noch weiter hinzuzufügen, die vielleicht nicht bei Ebay als optional drin sind. Wenn Ebay diese übernimmt, können die auch mit bei den Produktmerkmalen angezeigt werden. Dann klicken wir hier auf Speichern und Schließen und haben dann die Möglichkeit, ein neues Produkt zu erstellen. In dem Falle, wie gesagt, widmen wir uns hier den Kopfhörern. Ich klicke das jeweilige Produkt an und drücke hier rechts auf Vorbereiten. So, wenn die Vorbereitung dann soweit geladen hat, haben wir hier die Möglichkeit, dann Artikeldetails festzulegen. Viele Dinge sind schon bereits vorgestimmt, wenn ihr die Attributsmatching-Methode schon gewählt habt und hier zum Beispiel Artikelname immer aktuell aus dem Webshop übernehmen. Wenn der Haken gesetzt ist, wird immer der aktuelle Artikelname oder Titel dementsprechend übernommen. Ihr habt bei Ebay maximal 80 Zeichen, also achtet auch hier darauf, was genau wichtig ist, um das Ganze hier reibungslos auch auf Ebay darstellen zu können. Und ihr könnt natürlich sagen, ich möchte, dass der Artikel anders heißt bei Ebay, auf dem Marktplatz Ebay als im Online-Shop. Dann nehmt ihr den Haken raus und verändert diesen Wert, wie ihr möchtet. So, dann habt ihr noch die Möglichkeit, Untertitel zu wählen. Hier müsst ihr darauf achten, dass es kostenpflichtig ist. Also alles, was rot kostenpflichtig angezeigt wird, solltet ihr auch hier nicht außer Acht lassen, um keine weiteren Kosten entstehen zu lassen, außer ihr möchtet das natürlich. Ich lasse das Ganze mal standardmäßig drin. Auch die Beschreibung habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze vom Shop übernehmen zu lassen. Ich habe hier ein schönes Template hinzugefügt, was ihr hier bei den Konfigurationen im letzten Schritt auch machen konntet. Ich habe euch gesagt, dazu habe ich ein umfangreiches Video schon gemacht, wo ihr Templates kaufen könnt, um diese hier schön in der Produktpräsentation darstellen zu lassen. So, genau so wird es dann auch in der Produktansicht, Produktbeschreibung bei Ebay angezeigt, sowohl in der mobilen Version als auch auf dem Desktop. Sieht schön aus, ist für den Kunden direkt verständlich und sichtbar, was genau gemeint ist. Wir haben hier verschiedene Platzhalter, wie ihr seht, die können wir benutzen, um hier dementsprechend die ganzen Punkte auch dann uns einblenden zu lassen. So, des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, den Preis, der ist festgelegt, der ist auch konfiguriert mit 15% Aufschlag und 99 Cent nach Kommastelle. Das ist auch wichtig, habe ich auch besprochen im zweiten Video. Auch Bilder könnt ihr sagen, ich möchte nur bestimmte Bilder haben oder ich möchte alle Bilder, die verfügbar sind, hochladen. Bildergalerie ist Standard, ihr könnt Plus wählen, auch hier ist das Ganze kostenpflichtig zu beachten. Mehrwertsteuersatz, falls richtig festgelegt, wird auch übernommen. Dann haben wir hier wie Auktionseinstellungen, die wir auch bereits in der Konfiguration für eBay für den Marktplatz eBay festgelegt haben. Da braucht ihr in der Regel nichts zu verändern, sowie auch die Zahlungsartenstandard. Artikelzustand, solltet ihr vielleicht überlegen, ob das ein anderer Artikel ist als neu. Ansonsten auch hier den Standard. Ihr habt jedes Mal die Möglichkeit zu wählen, ob das Listing privat angezeigt wird, das heißt Käufer, die bei euch kaufen, nicht in der Liste angezeigt werden, der bestellten Kunden. Aber auch diese Möglichkeit und Option ist bereits schon überholt. Man kann in der Regel auch gar nicht mehr sehen, wer Produkte gekauft hat bei eBay. eBay Plus könnt ihr hier anbieten, falls ihr das Ganze freigeschaltet habt. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Findest du oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Startzeit könnt ihr anwenden, sagen, wann das genau starten soll. In der Regel spielt das keine große Rolle. Wenn ihr das auf unbestimmte Zeit gewählt habt, dann braucht ihr das nicht anwenden. Wichtig ist jetzt nur, die Kategorie zu wählen, um hier die anderen Attributswerte anzeigen zu lassen. Kurz bevor ich darauf eingehe, noch hier zum Versand zu sagen ist, auch hier legt ihr die Rahmenbedingungen fest. Ihr könnt mehrere Rahmenbedingungen machen. Dazu habe ich bereits ein Video gezeigt, wie ihr das bei eBay bestimmen könnt. Diese werden dann auch hier in Magnalista übernommen, um das Ganze euch anzeigen zu lassen. Findest du auch unten in der Videobeschreibung das Video zu den Rahmenbestimmungen oder oben in der Infobox. So, gucken wir mal jetzt zu der eBay-Kategorie, die wir ja bereits auto gematcht haben. Und da klicken wir mal hier eben auf das Feld. Wir können uns in der Regel diese auswählen lassen. Wird diese nicht angezeigt, wie in meinem Fall. Jetzt drücken wir einfach auf Wählen und dann sagen wir ja, was möchten wir online stellen. Wir möchten hier PC-Zubehör haben und dann Headsets. Und da klicke ich mal eben drauf und ihr seht es schon, hier nach dem Laden werden alle Attributswerte, wie wir die vorher schon festgelegt haben, angezeigt. Ihr habt hier die Möglichkeit, noch vielleicht irgendwelche Optionen noch hinzuzufügen oder zu entfernen. Also ein bisschen noch zu modifizieren. Und sonst ist das in der Regel alles Standard, was ihr schon bereits festgelegt habt. Und so könnt ihr dann speziell Artikel aus den gleichen Kategorien immer wieder online stellen, ohne viel verändern zu müssen, weil die meisten Attribute vom Webshop auf das eBay-Attribut oder Artikelmerkmal übernommen werden. So, und dann das Ganze speichern. Und falls ihr keinen Fehler gemacht habt, dann sollte das dementsprechend auch grün angezeigt werden, dass das Produkt vorbereitet wurde. Genauso sieht es bei mir aus. Ihr seht es hier, das grüne Lämpchen leuchtet. Und nun kommen wir zu dem quasi letzten Schritt schon, um das Produkt hochzuladen. Bei eBay gehen wir hier auf Hochladen und können dann auch hier wieder verschiedene Produkte suchen, verschiedene Filter anwenden und können sagen, ja, dieses Artikel möchte ich einmal hochladen. Hier ein Tipp, falls ihr mal irgendwas verändert habt, beziehungsweise jetzt nicht nur am Preis oder Lagerbestand, sondern in der Artikelbeschreibung, dann würde ich das nicht direkt bei eBay verändern, sondern auch im Shop direkt verändern. Denn ihr könnt ja jederzeit hingehen und sagen, dass ihr hier eine gewisse Vorbereitung aufheben möchtet, wie zum Beispiel, ihr habt hier am Titel was verändert oder in der Artikelbeschreibung wird es meistens der Fall sein, dann drückt ihr auch nur die Artikelvorbereitung oder Artikelbeschreibung aufheben und könnt dann die Veränderung vornehmen. Wenn ihr das Ganze dann akzeptiert und speichert, könnt ihr das Produkt immer wieder hochladen und das Produkt verschwindet nicht oder wird nicht neu hochladen, sondern wird einfach aktualisiert. Deswegen steht auch hier Artikel jetzt hochladen, Schrägstrich ändern. Das Ändern ist mit Aktualisierung gemeint. Somit könnt ihr dann sagen, ich möchte das Produkt aktualisieren. In dem Fall möchte ich jetzt die Daten einmal hochladen und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Hier noch eine kleine Info, die Marginalist euch gibt. Falls ihr Zusatzoptionen gewählt habt, wie zum Beispiel Untertitel oder irgendwelche Bilder, die zusätzlich gewählt worden sind, wie zum Beispiel die Bildergalerie Plus, dann ist das natürlich mit anderweitig oder zusätzlichen Gebühren verbunden, was ihr beachten solltet und diese werden dann durch den jeweiligen eBay-Tarif abgerechnet. Das nur zur Info. Wir drücken auf OK und dann werden die Daten synchronisiert über den MagnaLista-Server. Das Ganze geht relativ schnell. Hier seht ihr es, 5 bis 10 Sekunden dauert es in der Regel. Wenn es mehrere Artikel auf einmal sind, dann dauert es etwas länger. Aber ich sehe jetzt schon hier direkt im Inventar, das ist der nächste Reiter, seht ihr schon, das Produkt ist hochgeladen und ist jetzt online. Hier steht Status, Artikel wird aktualisiert. Das bedeutet, ich hatte den Artikel schon online tatsächlich und jetzt wird dieser aktualisiert und gegebenenfalls irgendwelche Änderungen übernommen. Wir gucken uns das gleiche gleich bei eBay noch direkt an und schauen, wie das Produkt auf eBay hochgeladen wurde. So, das Produkt ist online. Das hat nicht mal eine Minute gedauert und schon ist es online. Ihr seht es hier, das Produkt wurde so hochgeladen und wir haben hier die Möglichkeit, uns das Ganze anzuschauen. Wir haben hier die Varianten übermittelt bekommen, die wir dann auch wählen können. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht, das Dropdown-Menü, aber wir können hier zwischen den Varianten wählen, die natürlich jetzt hier nicht zu passen. Sonst haben wir die Artikelbeschreibung, die ich euch auch zeigen möchte. Ja, so sieht dann die Artikelbeschreibung aus. Ihr seht es, die Artikelmerkmale wurden über das Attributsmatching übernommen. Wir haben hier alle Daten übertragen bekommen. Die Angebotsbeschreibung selbst sieht schick aus. Wir haben hier die Bilder direkt, die wir anklicken können. Wenn wir mehr Bilder gehabt hätten, könnten wir auch mehrere anklicken. Und ich möchte euch einfach nochmal zeigen, dass ihr auch hier im Verkäufer-Cockpit Pro bei eBay diesen Artikel auch weiter noch bearbeiten könnt. Wenn ihr auf Bearbeiten klickt, können wir noch zusätzliche Optionen und Produktmerkmale festlegen. Zurück zum Magnalister-Dashboard und ich möchte hier einmal zusammenfassen. Ihr habt gesehen, wie einfach das ist, Produkte vorzubereiten, diese gleichzeitig auf vielen verschiedenen Marktplätzen hochzuladen und dann die Bestellungen jeweils zu importieren in das Shop-System und zentral vom Shop-System alle Bestellungen zu bearbeiten, den Bestellstatus mit dem jeweiligen Marktplatz synchronisieren. Und das gleichzeitig erspart euch sehr, sehr viel Arbeit. Ich arbeite, wie gesagt, mit diesem Tool Magnalister schon länger und bin wirklich begeistert von dem Komfort und der Flexibilität. Falls ihr Fragen habt, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten, falls das Video gefallen hat, natürlich auch einen Daumen nach oben. Und sonst bleibt mir nichts zu sagen, als Dankeschön. Falls weitere Themen davon interessieren, natürlich gerne abonnieren und weiterhin verfolgen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist und wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Alles Gute. Ciao.